Mein Name ist Lars Kamp, ich bin 20 Jahre alt und Shooting Guard bei den Hamburg Towers. Ich bin ein ruhiger Typ, auf dem Boden geblieben und immer motiviert. Basketball begleitet mich schon mein ganzes Leben. Ich habe schon Hamid als kleiner Junge kennengelernt und darf jetzt wieder unter ihm spielen. Hamburg ist für mich in erster Linie die Inselparkhalle. Ich habe leider noch nicht so viel von den anderen Ecken gesehen, aber da ergibt sich bestimmt noch die Zeit zu. Mein Ziel ist es, an die erfolgreiche Saison vom letzten Jahr anzuknüpfen, persönlich wieder 100% fit zu sein und alles zu geben auf dem Feld.